Herzlich willkommen zur dritten Einheit unseres Mechanik-Books. Wir beschäftigen uns heute mit Schnittgrößen. Das klingt interessant. Was schneiden wir denn auseinander? Wir schneiden bildlich einen Träger in zwei Einzelteile. Wenn der Träger vorher im Gleichgewicht war, müssen nach dem Schnitt aber auch beide Einzelteile im Gleichgewicht sein. Aber wenn wir den Träger auseinander schneiden, dann fehlen uns doch Lager. Das ist richtig. Deshalb müssen wir an den Schnittufern sogenannte Schnittgrößen einführen. Die Schnittgrößen halten jeden Einzelteil im Gleichgewicht. Und genau diese Schnittgrößen wollen wir uns jetzt ansehen. Denken wir uns nun also einen Träger in der Mitte auseinandergeschnitten. Dann muss es am sogenannten Schnittufer im Allgemeinen in alle Koordinatenrichtungen Kräfte geben. Und zusätzlich zwei Momente. Biegemoment und Torsionsmoment. Okay, das klingt relativ kompliziert. Stimmt schon. Deshalb wollen wir uns lieber nur ein zweidimensionales Problem ansehen. Dort gibt es eine horizontale Schnittkraft, die Normalkraft, eine vertikale Schnittkraft, die Querkraft und ein Schnittmoment. Das klingt schon einfacher. Eine Sache muss aber trotzdem noch beachtet werden. Und zwar die Vorzeichenkonvention. Vorzeichenkonvention? Ja, um die Schnittgrößen nämlich korrekt einzeichnen zu können, muss man wissen, in welche Richtungen diese zeigen. Dazu gibt es das Konzept des positiven und negativen Schnittufers. Und wie sieht das dann aus? Das positive Schnittufer ist jenes, an dem die Schnittnormale in die positive Koordinatenrichtung zeigt. In unserer Skizze wäre das das linke Schnittufer. Dort zeigen dann alle Schnittgrößen ebenfalls in die positiven Koordinatenrichtungen. Am negativen Schnittufer ist es genau umgekehrt. Oh, also so kann man sich das merken. Wollen wir uns das Ganze vielleicht wieder an einem konkreten Beispiel ansehen? Gerne. Am besten nehmen wir gleich das vom letzten Mal. Heute wollen wir unsere Schnittgrößen berechnen. Dazu nehmen wir am besten gleich das Beispiel vom letzten Mal. Dort haben wir schon die Auflagereaktionen berechnet und mit denen können wir bei diesem Beispiel schön weiterrechnen. Jetzt müssen wir nur entscheiden, wo wir unseren Träger schneiden wollen. Da wir bei unserem Träger eine Kraft F haben, brauchen wir zwei Schnittbereiche. Einmal links von der Kraft in unserem Bereich 1 und einmal rechts von der Kraft in unserem Bereich 2. Das haben wir hier auch schon vorbereitet. Wir werden als erstes vor der Kraft schneiden. Das ist unser Bereich 1 und hier unten haben wir schon unsere Schnittgrößen eingezeichnet. Das wäre zum einen N1 von X unsere Normalkraft, Q1 von X unsere Querkraft und M1 von X unser Moment. Und auch hier gilt wie bei unserem Träger, dass unser Bereich im Gleichgewicht ist und somit können wir auch hier die Gleichgewichtsbedingungen anwenden. Somit können wir aufstellen, unser N1 von X ist dann gleich minus AH. Wir setzen die Werte vom letzten Mal ein und erhalten dann minus F mal Cosinus Alpha. Das gleiche können wir nun auch für unsere Querkraft machen. Das gleiche können wir nun auch für unsere Querkraft machen. Hier erhalten wir aus der Gleichgewichtsbedingung dann Q1 von X ist gleich AV. Ich setze wieder für AV ein, ist dann gleich F mal Sinus Alpha mal B gebrochen durch A plus B. Jetzt müssen wir noch unser Moment M1 von X berechnen. Hierfür geht eine Komponente von AV ein und wir wissen, ein Moment ist immer Kraft mal Abstand und unser Abstand von AV zu unserem Schnittpunkt ist X. Daraus folgt nun M1 von X ist gleich AV mal X. Ich setze wieder die Werte ein, ist dann gleich F mal Sinus Alpha mal B gebrochen durch A plus B mal X, unsere Laufvariable. Genau und für X kann man dann ganz einfach jeden beliebigen Wert zwischen 0 und A einsetzen. Und wir können uns nun den Bereich 2 zuwenden, bei dem wir rechts von der Kraft F geschnitten haben. Hierfür haben wir unten wieder unsere Schnittgrößen eingezeichnet, einmal die Normalkraft, die Querkraft und unser Moment und auch hier gelten wieder die Gleichgewichtsbedingungen. Wir können wieder aufstellen, N2 von X ist dann gleich F mal Cosinus Alpha minus AH. Wenn wir hier wieder die Werte einsetzen, sehen wir, dass unsere Normalkraft 0 wird. Unsere Querkraft ergibt sich hier mit AV minus F mal Sinus Alpha. Wir setzen wieder unsere Werte ein. F mal Sinus Alpha, das können wir gleich herausheben und erhalten dann mal B gebrochen durch A plus B minus 1. So, nun nur noch unser Moment. M2 von X. Diesmal haben wir zwei Komponenten. Einmal AV mit dem Normalabstand X und F mal Sinus Alpha mit dem Normalabstand X minus A. Stellen wir das Ganze auf. Stellen wir das Ganze auf. Wir haben dann M2 von X ist dann gleich AV mal X minus F Sinus Alpha mal X minus A. Wir setzen wieder unsere Werte ein. F Sinus Alpha mal B gebrochen durch A plus B mal X minus Sinus Alpha mal X minus A. Das können wir noch weiter vereinfachen. Das können wir noch weiter vereinfachen und heben F mal Sinus Alpha heraus. Und erhalten in der Klammer X mal Klammer B gebrochen durch A plus B minus 1 Klammer zu plus A eckige Klammer zu. Und schon geschafft! Klammer ... Klammer ... Klammer ... Untertitelung des ZDF, 2020